So, und jetzt darf ich unseren zweiten Keynote-Referenten für heute Nachmittag vorstellen. Peter Ganten ist eine Koryphäe der Open-Source-Szene in Deutschland. Der hat vor einigen Jahren ein viel beachtetes Buch über Linux geschrieben. Peter ist auch Geschäftsleiter und Gründer von Univention, einer großen Open-Source-Firma in Deutschland und er ist Präsident der Open-Source-Business-Alliance Deutschland. Das ist so wie der große Bruder von CH-Open. Genau, genau. Und wir sind sehr gespannt. Ja, hallo, guten Tag oder moin, wie man bei uns sagt. Mein Name ist Peter Ganten. Ich bin tatsächlich mit dem Buch, das ist schon wirklich lange her, das war 1999, da habe ich das erste deutschsprachige Anwenderhandbuch zu Debian geschrieben. Das war auch sehr erfolgreich. Und dann bin ich auf die kommerzielle Seite von Open-Source gewechselt, und habe die Firma Univention gegründet. Wir machen 100% Open-Source-Software, beschäftigen uns damit und sehen das auch als einen Teil dieser Frage, die gerade diskutiert wurde. Wie kriegt man eigentlich Kontinuität und Dauerhaftigkeit in Open-Source-Software rein? Das glaube ich, kommerzielle Wertschöpfung ist da auch ein wesentlicher Teil der Antwort, wenngleich nicht der einzige. Man muss auch stimmig zu experimentieren können. Wir sind im Bereich Identitätsmanagement, Anwendungsintegration, Portale unterwegs, viel im Bildungsbereich auch, auch zum Teil hier in der Schweiz, in Basel zum Beispiel. Und nebenbei bin ich aber schon immer auch irgendwie Kämpfer für die Sache, für Open-Source-Software und für digitale Souveränität gewesen. Ich bin seit 2005 oder 2006 im Vorstand des Linux-Verbandes in Deutschland gewesen. Den gibt es nicht mehr. Der ist dann irgendwann mit der LISOC zur Open-Source-Business-Alliance verschmolzen worden. Da bin ich dann nach der Gründung Vorstandsvorsitzender geworden. Wir machen auch solche Beratungen übrigens. Wir werden als Unternehmen sehr häufig von Open-Source-Projekten gefragt. Wie kann ich das denn kommerzialisieren? Wir werden auch viel von Unternehmen, die Software haben, die nicht Open-Source ist, aber die sagen, das könnte mir vielleicht Vorteile bringen. Und das ist vielleicht besser gefragt, wie baut man denn ein nachhaltiges Geschäftsmodell um eine Open-Source-Software herum? Werden wir oft gefragt und stehen wir auch immer für Beratung und für den Dialog dazu zur Verfügung, weil wir da einfach sehr, sehr viel Erfahrung haben. Und unser Hauptschwerpunkt ist so neben der technischen Vernetzung der Mitglieder miteinander Lobbyarbeit. Wir beschäftigen einen echten Lobbyisten in Berlin. Ich bin aber selber da auch viel unterwegs und habe in den letzten Jahren auch viel darüber gelernt, wie Politik funktioniert und bin teilweise ganz positiv überrascht gewesen, jetzt auch so in den letzten zwei, drei Jahren, wie schnell man eigentlich doch auch Dinge erreichen kann, wenn man zur richtigen Zeit über den richtigen Kanal, den richtigen Leuten das Richtige erzählt. Und so eins dieser Themen ist eben digitale Souveränität. Das ist vor einem Jahr, hat das noch kaum jemand in den Mund genommen, dieses Wort. Und heute haben wir das, also zumindest in Deutschland, in der Politik als das Top-Thema der Digitalisierungsdiskussion. Einige werden mitgekriegt haben, dass PwC eine Studie für das Bundesinnenministerium gemacht hat, wo sie dem Bundesinnenministerium sehr deutlich gesagt haben, ihr seid vollständig abhängig von Microsoft und ihr habt null Handlungsfreiheit und ihr müsst etwas ändern. Das an sich ist nicht erstaunlich, weil das stimmt ja und wer eingeweiht ist in diese Dinge, der hat das vorher auch gewusst. Das, was daran erstaunlich ist, ist, dass Seehofer, der Bundesinnenminister, der das auch wirklich persönlich entscheiden musste, weil sich das sonst niemand in den Ministerien getraut hat, gesagt hat, wir veröffentlichen das Ding. Wir veröffentlichen das und lassen eine Diskussion dazu zu. Und wir bekennen uns auch dazu, dass wir daran etwas ändern wollen, weil wir für die Verwaltung der Bundesrepublik Deutschland digitale Souveränität brauchen. Und das Gleiche kommt aus dem Wirtschaftsministerium. Da haben wir Herrn Altmaier mit seinem, das wurde erst so ein bisschen belacht, als KI-Airbus oder Cloud-Airbus. Wenn man sich jetzt aber anguckt, was so langsam durchsickert, dann ist das gar nicht so dumm, was sich da überlegt wird. Es geht nämlich gerade nicht darum, AWS oder Microsoft Azure nachzubauen, sondern es geht darum, mit Open-Source-Technologie verteilt, föderiert ein neuartiges Cloud-System aufzubauen, was dann tatsächlich vielleicht auch die Chance hat, gegen die internationalen sogenannten Hyperscaler gegen anzugehen. Wir haben auch, das hat mich auch gefreut, ich bin jetzt kein Stammwähler der CDU, aber trotzdem ist das eine sehr ernstzunehmende Partei, dass auch die CDU in Deutschland vor ganz kurzer Zeit ein komplett neues Digitalisierungsprogramm, Grundsatzprogramm zur Entscheidung vorgeschlagen hat. Und es dreht sich auch wieder um Digitale Souveränität und Open-Source. Und wir sind jetzt in einer Situation mit der CDU, wo praktisch alle Parteien, die im Bundestag vertreten sind, sagen, das ist genau der richtige Weg. Wir müssen in diese Richtung gehen. Und ein Auslöser dafür war, glaube ich, ein Papier, das ich wirklich auch zum Lesen empfehlen kann, was im letzten Jahr, im November, glaube ich, im Digitalgipfel, das ist die große Diskussionsveranstaltung der Bundesregierung, zur Digitalisierung veröffentlicht worden ist, zu digitaler Souveränität und künstlicher Intelligenz. Da habe ich auch maßgeblich dran mitgeschrieben. Und da ist erstmals, glaube ich, es wirklich gelungen, der Politik zu erklären, warum das wichtig ist. Und wenn man sowas schreibt und wenn man es schafft, dass die Minister das wirklich dann auch lesen und verstehen, dann bewegt sich was. Und das ist das, was wir hier jetzt gesehen haben. Wer uns da auch hilft, sind natürlich hier diese Freunde, Huawei und Trump, unser geheimer Verbündeter im Weißen Haus, der der Welt eben auch vorführt, warum digitale Souveränität wichtig ist. Der ja den Chinesen sehr deutlich sagt, wenn ihr euch nicht so verhaltet, wie ihr wollt, dann gibt es kein Android. Und da fragt sich natürlich manch einer in Deutschland, die Amerikaner möchten auch nicht, dass wir North Stream 2 bauen. Das ist so eine Gaspipeline, die da durch die Ostsee russisches Erdgas nach Deutschland transportieren soll. Was ist denn, wenn die dann sagen, dann kriegen wir keine Windows-Updates mehr? Dann hätten wir ein Riesenproblem. Also auch das ist ein Treiber. Aber ich halte es für ganz gefährlich, die Diskussion darauf zu reduzieren. Weil es geht nicht um Autarkie und um irgendwie nationale Souveränität oder sowas. Sondern das ist ein Aspekt. Es geht eigentlich um viel mehr. Das ist eben auch schon angeklungen. Es geht wirklich um die Wahrung von Grundrechten. Es geht um die Wahrung und Weiterentwicklung unserer demokratischen Gesellschaft im Digitalen. Also Weiterentwicklung ist da auch sehr wichtig. Und es geht auch um die Wahrung und Weiterentwicklung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft. Und deswegen stimme ich Raphael Laguna da wirklich zu. Wir beide, Raphael und ich, haben so einen kleinen Think Tank, wo wir über solche Sachen auch nachdenken, dass digitale Souveränität und Open Source wirklich auch die Fortsetzung des Humanismus im Digitalen ist. Und warum das so ist, da möchte ich jetzt ein bisschen was zu erzählen. Wir wollen uns mal kurz angucken, was eigentlich die Chinesen und die Amerikaner mit ihren Cloud-Plattformen machen. Schauen wir zum ersten Mal auf die Chinesen. Da ist das alles ein bisschen einfacher, weil da immer viel einfacher zu erkennen ist, wer eigentlich der Böse ist. Die Menschen, die machen, die haben Wünsche, die handeln irgendwie, die haben Bedürfnisse, die haben Gedanken, die hacken Pläne aus, die wollen was kaufen oder gegen was protestieren oder was gut finden. Und all das äußert sich in irgendwelchen Aktivitäten. Auf dem Smartphone, Bewegung im öffentlichen Raum, Nutzung von Verkehrsmitteln, Einkäufen online oder offline. Und diese Cloud-Plattformen, die zeichnen das alles auf. Egal ob online oder offline, es wird alles aufgezeichnet. Das ist zumindest das Ziel. Und es wird alles zusammengeführt in großen Datensilos von diesen Unternehmen, die wir da eben gesehen haben. Und dann werden da künstliche Intelligenzmechanismen darauf angewendet, die nichts anderes tun, als diese Wünsche und Gedanken der Menschen zu dechiffrieren. Und zwar vordergründig, weil wenn ich weiß, was jemand kaufen will, dann kann ich ihm die besten Angebote machen. So funktionieren Google und Facebook auch. Auch da werden die Wünsche und Gedanken der Menschen dechiffriert durch ihre Handlungen. Und oft ja schon so, dass diese Computer eher wissen, was die Menschen gerade für Bedürfnisse haben, als die Menschen selber das wissen. Es gibt Untersuchungen, dass Facebook eher feststellen kann, dass eine Frau schwanger ist, als die Frau das selber weiß. Weil sie sich auf Facebook dann unter Umständen anders verhält. Das Ganze, ja, es sind ernsthafte Untersuchungen. Es gibt es. Und ich halte es auch für glaubwürdig. Das Ganze wird aber dann auch zur politischen Beeinflussung genutzt. Man stellt sich mal vor, man lebt in China, man hat Kinder, man ist in Sorge über die Luftverschmutzung. Und jetzt denkt man darüber nach und überlegt sich, was kann ich denn dagegen tun? Ich rede mit anderen Menschen darüber. Ich chatte vielleicht darüber. Vielleicht überlege ich sogar oder diskutiere sogar, ob man irgendwo mal Diskussionsveranstaltungen oder Protestveranstaltungen organisieren sollte. Auch das wird aufgezeichnet. Und das kann dann zu zwei verschiedenen Reaktionen des Systems führen, die darauf abzielen, mein Verhalten zu ändern. Und zwar A, kann mir gezeigt werden, verstärkt in meiner Timeline, was der chinesische Staat alles tut, um gegen die Luftverschmutzung anzugehen. Plötzlich kriege ich lauter solche Meldungen. Ist doch toll. Ich muss mir ja gar keine Sorgen machen. Und wenn ich mir aber dann doch Sorgen mache, dann könnte es auch dazu führen, dass ich vielleicht mehr Nachrichten darüber bekomme, was mit Leuten passiert, die Protestveranstaltungen organisieren, und dass die dann eben nicht so schöne Karrierechancen haben und so weiter. Und auch das ist sichtbar. Und dazu verwendet China ja auch dieses Social Credit System, wo dann eben auch ganz offiziell gesagt wird, wenn du dich nicht so verhältst, wie wir das gerne hätten, dann ist deine Versicherung teuer, dann kriegst du im Zug nicht mehr die schönen Plätze und fliegen darfst du dann vielleicht auch nicht. Und die Karrierechancen deiner Kinder sind auch nicht so gut wie die anderer Menschen. Der Witz daran ist, dass das vielen Chinesen sogar gefällt. Weil die Auswahl von Karrierechancen und von Möglichkeiten, die ich habe, über solche Systeme wird von vielen Chinesen als glaubwürdiger und objektiver erlebt, als die Bestechungsmechanismen, die man heute oft hat. Das ist aber ein ganz gefährlicher Mechanismus, der aber zu der Akzeptanz dieses Systems führt. So, und wenn wir uns das jetzt in den USA angucken, dann ist es eben letztlich genau das Gleiche. Es geht hier vordergründig darum, die Dechiffrierung der Wünsche und Pläne der Menschen zu benutzen, um ihnen Angebote zu machen. Es geht also darum, nicht die Ziele der kommunistischen Partei jetzt durchzusetzen, sondern es geht darum, die Ziele der Internetunternehmen und ihrer Kunden durchzusetzen. Und diese Kunden sind aber nicht immer nur Handeltreibende, sind nicht immer nur Menschen, die irgendwas verkaufen wollen. Das sind auch politische Parteien. Das sind auch Player, die politische Meinung beeinflussen wollen. Wir wissen das ja aus der Brexit-Diskussion und aus dem Trump-Wahlkampf, dass da also alle möglichen Stakeholder diese Plattform auch genutzt haben, um Handlungen zu beeinflussen. Social Scoring-Systeme gibt es da auch. Facebook hat das auch offen erklärt, dass Benutzer über ihr Verhalten auf Glaubwürdigkeit gerankt werden und dann auch belohnt werden durch Informationen, die ihnen zur Verfügung gestellt werden, die andere nicht kriegen. Also im Prinzip genau das Gleiche. Die gleichen Mechanismen, die gleichen Technik. Kleiner Unterschied. Einmal ist es die kommunistische Partei. Auf der anderen Seite sind es Unternehmen, die in der Regel Aktionären oder Venture-Kapitalgebern gehören. Und ihre Kunden, die diese Technologie benutzen, um uns unbemerkt, also bemerkt und unbemerkt zu beeinflussen, unsere Gedanken und Wünsche zu dechiffrieren und unser Handeln zu leiten. In allen Fällen ist es keine demokratisch legitimierte Instanz und es gibt auch keine demokratisch legitimierte Überwachung dessen, was da passiert. Und das ist dann, und deswegen ist der Titel des Talks auch digitales Mittelalter oder digitale Souveränität, das ist wirklich eine ganz ähnliche Situation wie im Mittelalter. Da hat man auch diese selbst souveränen Entitäten gehabt, den Papst beispielsweise und die ganzen Fürsten und Könige und Kaiser, die es in Europa gab. Und die waren nur sich selber rechtfertigungsschuldig. Und die haben dann alles getan, um die Menschen so zu lenken, wie sie das für richtig gehalten haben. Die haben auch nicht unbedingt geglaubt, dass sie was Schlechtes tun. Und ich glaube, viele in der kommunistischen Partei Chinas glauben das auch nicht. Und viele bei Google glauben das auch nicht. Don't be evil ist das Motto lange Zeit von Google gewesen. Das hat sich dann irgendwann nicht mehr so durchhalten lassen. Aber es ist das gewesen und viele glauben, dass sie was Gutes tun. Deswegen kann man jetzt, hat mal unser Marketing aus Spaß hier die Bilder ausgetauft, auch Herrn Zuckerberg und den chinesischen Staatspräsidenten sich vorstellen. Es ist letztlich eine ganz ähnliche Situation. Selbst herrliche Herrscher, die Technologie benutzen, um demokratische Mechanismen und die Selbstständigkeit und Eigenständigkeit der Menschen zu unterlaufen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, man kann jetzt, das wird da auch oft eingewendet, sagen, naja, also Werbung wurde doch schon immer geschaltet. Und Gesetze gab es doch auch schon immer, die in irgendeiner Weise was verboten haben und bestraft haben. Und muss es doch auch geben, was denn da dran stimmt. Ja, aber es gibt zwei wesentliche Unterschiede. Der Unterschied eins ist, diese Belohnungen und Bestrafungen und Mechanismen entziehen sich der öffentlichen Diskussion. Ein Wahlplakat oder eine Anzeige in einer Zeitung oder ein Gesetz ist öffentlich, per Definition und kann diskutiert werden. Das, was bei Google und Facebook möglich ist, ist, dass ich einzelnen Personen auf sie zugeschnittene Messages automatisiert zukommen lassen kann. Und wer das liest, wie Trump und auch Obama vorher ihre Wahlkämpfe geführt haben, der weiß, da wird genau das gemacht. Und die andere, der politische Gegner, kriegt es gar nicht mit, was für Messages da generiert werden. Das geht so weit, dass ich dem einen sagen kann, dein Arbeitsplatz ist durch Ausländer bedroht, wähl mich, weil ich bin dagegen. Und dem anderen sage ich, dein Arbeitsplatz ist bedroht, weil wir nicht genug Fachkräfte haben. Wir holen Fachkräfte aus dem Ausland, wähl mich. Die gleiche Partei, die gleiche Message. Und es kriegen zwei verschiedene Personen und es gibt keine Diskussion darüber. Die öffentliche Diskussion findet nicht mehr statt. Und das andere ist, dass eben auch mit psychologischen Instrumenten, ich bin selber eigentlich Diplom-Psychologe und finde das auch spannend, gearbeitet wird, die wir gar nicht verstehen. Wo wir oft gar nicht mitkriegen, was mit uns eigentlich passiert. Das heißt im Silicon Valley Growth Hacking, da geht es darum, die Leute möglichst lange auf der Plattform zu halten, möglichst hohe Retention zu haben. Die sollen wiederkommen, so oft wie möglich. Vordergründig, damit ich ihnen so viel Werbung wie möglich anzeigen kann. Aber natürlich auch, die Werbung wird ja genutzt, um zu beeinflussen. Sonst würde sie ja gar nicht geschaltet werden, sonst wäre sie ja nicht erfolgreich. Auch um die Menschen zu beeinflussen. Gab es in dieser Woche einen sehr lesenswerten Artikel, auch bei Heise darüber, wo das alles mal aufgedröselt worden ist. Ich will da nicht so tief reingehen. Aber letztlich geht es darum, dass Angst erzeugt wird, dass Leute was verpassen, dass immer wieder kleine Belohnungen vergeben werden. Das nennt man Konditionierung bei den Psychologen. Das setzt Dopamin frei. Und Dopamin ist ein Stoff, der mindestens so süchtig machend ist wie Kokain. Und man hat da wirklich auch teilweise ähnliche Suchteffekte. Und so kommen wir dann, wenn wir nicht aufpassen, in eine Situation, die nicht so irrsinnig weit davon entfernt ist, was uns George Orwell und Aldous Huxley in ihren Dystopien nach dem Zweiten Weltkrieg erklärt haben. Nämlich der eine mehr der reine Überwachungsstaat und der andere mehr der Staat, wo der Mensch durch Drogen und andere Belohnungen gelenkt wird und dumm gemacht wird. Und das, was wir hier bei den Chinesen haben, haben wir vielleicht mehr auch noch die Bedrohungskomponente. Bei den Amerikanern haben wir mehr die Belohnungskomponente. Ja, und das basiert auf Riesendatensammlungen. Und so Yuval Noah Harari, kennen die meisten wahrscheinlich, sagt eben dann auch, das wird dazu führen, dass Google und Facebook irgendwann mehr über mich wissen und Dinge in meinem Gehirn kennen, die ich selber gar nicht kennen kann. Weil ich selber bewusst gar nicht so viele Daten über mich selbst verarbeiten kann und über mein eigenes Handeln, als wie diese KI-Systeme aufzeichnen können und verarbeiten können. Die Grundlage dafür sind Daten. Das waren sie im Mittelalter auch schon. Da war das in Büchern abgelegt, gut bewacht. Darf niemand ran, außer diejenigen, die wissen dürfen. Und heute sieht es so aus, auch gut bewacht. Proprietäre Datensammlungen von den großen Internetplattformen, an die keiner ran darf. Und das alles steht, glaube ich, im direkten Widerspruch zu unserer europäischen Ethik, zu dem, was in Europa während der Aufklärung entstanden ist. Zu dem wissenschaftlichen Prinzip, dass Erkenntnisse und der Weg, wie man von Daten zu Erkenntnissen gelangt ist, offengelegt sein muss. Dass man das nachvollziehen kann. Dass man jedes einzelne Datum auf dem Weg hin zur Erkenntnis verstehen muss und auch in Frage stellen muss. Wenn die Daten aber in solchen geschlossenen Bibliotheken oder solchen Silos sind und keiner drauf kann, geht nicht. Fällt einfach irgendeine Erkenntnis raus. Und wer sie beeinflusst hat, wissen wir nicht. Es steht aber auch im Widerspruch zu unserem europäischen Menschenbild aus der Aufklärung. Dass er sagt, wir sind selber handelnd. Wir wählen selber Informationen aus. Und wir treffen eigene Entscheidungen aufgrund der Informationen, die wir ausgewählt haben. Ich bin auch der Meinung, das ist eine Frage des Menschenbildes. Man kann der Meinung sein, der Mensch ist so nicht. Der Mensch muss gelenkt werden. Die Kommunistische Partei Chinas ist wahrscheinlich der Meinung. Und bei Google gibt es auch Leute, die der Meinung sind, die Menschen sind doch viel glücklicher, wenn wir ihnen zeigen, was für sie gut ist. Also sollten wir das doch tun. Man kann aber auch der Meinung sein, so ist es nicht. Wir müssen die Wahlfreiheit schaffen. Und das ist die Grundlage der Aufklärung. Und jetzt muss ich hier einfach nochmal Kant zitieren, der das vor vielen Jahren so gesagt hat, wie es heute für die Digitalisierung immer noch eins zu eins gilt. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Anleitung eines anderen zu bedienen. Und selbstverschuldet ist die Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern an der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. So, meine Zeit rennt dahin. Wie viel habe ich noch? Zehn Minuten. Das ist fünf. Drei. Okay, ich gebe mir Mühe. Ich bin ungefähr zwei Drittel durch, dann muss ich jetzt ein bisschen schneller. Also wenn wir jetzt... Das geht aber auch. Kann den Werbeblock am Ende ein bisschen kürzen. Wenn uns hier Mut und Entschließung fehlt, wenn wir wissen, was passiert, aber nicht agieren, dann haben wir verloren. Dann können wir unsere Demokratie und die Weiterentwicklung der Demokratie im Digitalen vergessen. Dann können wir auch unsere Wirtschaft vergessen im Übrigen. Wenn wir das aber sagen, das ist genau die Chance, eine andere Digitalisierung zu bauen, die eben von dem anderen Menschenbild, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt, ausgeht. Und witzigerweise, Barcelona war ja gerade genannt. Ich war gestern auf einer Veranstaltung, wo Francesca Bria aus Barcelona gesprochen hat und die hat gesagt, bei uns geht es bei der Digitalisierung nicht um 5G first oder Agile first oder Data first. Es geht um People first. Es geht nicht um Technik, es geht um Menschen. Und wenn wir das in den Vordergrund stellen, haben wir eine Riesenchance, weil wir dann etwas bauen können, was nicht nur in Europa für die Menschen interessant ist. Weil ich habe gehört, es soll auch in den USA und in Südamerika und in Afrika und in China Menschen geben, die lieber selber Entscheidungen treffen wollen würden. Und für die ist das dann interessant. Was bedeutet das? Was ist der Kern digitaler Souveränität? Und ich glaube, das ist die Fähigkeit, selber bestimmen zu können, was mit den Daten passiert, die man in digitalen Systemen gespeichert hat oder die da entstehen, weil man mit ihnen interagiert. Bestimmen bedeutet, wer kann wann, unter welchen Bedingungen, für welchen Zweck darauf zugreifen. Warum ist das wichtig? Weil es ein Grundrecht auf Privatsphäre gibt. Weil wir vertrauenswürdige Kommunikation brauchen. Nicht nur untereinander, auch als Staaten, als Unternehmen müssen wir so kommunizieren können, dass wir wissen, das bleibt im Raum, auch wenn der Raum virtuell ist. Weil Staat, Unternehmen und Einzelpersonen freie, selbstbestimmte Entscheidungen treffen können müssen. Und weil sie innovationsfähig sein müssen. Weil es nicht angeht, dass alles, was erdacht wird, dass alle Daten, die gemessen werden, von anderen viel besser genutzt werden können, um Innovationen zu betreiben, als von denen, die die Daten erzeugen. Und schließlich, weil wir auf Basis dieser Innovationsfähigkeit von Staat und Wirtschaft auch die europäische, eher mittelständisch, eher verteilte Wirtschaft stärken können. Unser Ideal ist ja nicht, so wie in den USA oder in China, dass wir Riesenplattformen, Riesen alles beherrschende Unternehmen mit, die den Plattform-Effekt ausnutzen haben wollen, die dann am Ende alles bestimmen und die gesamte Wertschöpfung auf sich versammeln. Sondern unsere Idee ist ja, dass wir viele mittelständische Unternehmen, große und kleine haben, die verteilt Innovationen machen, die im Wettbewerb miteinander stehen, wo es ein Wettbewerb der Ideen gibt. Und genau das können wir dadurch fördern, weil wir dann die Eintrittsbarriere auch absenken, weil wir es viel einfacher machen, Innovationen zu tun. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir zwar auch noch Unternehmen, die wickeln alles über Amazon ab oder verkaufen ihre Nachrichten über Facebook. Die sind letztlich wie Franchise-Nehmer. Die müssen das tun, was ihnen die Plattform sagt und haben keine eigene Innovationsmöglichkeit mehr. So wie theoretisch die meisten McDonald-Filialen auch eigenständige Unternehmen sind. Innovationspotenzial null. Das wollen wir, glaube ich, nicht in Europa. Und um das zu erreichen, gibt es vier Prinzipien, die ich für sehr wichtig halte. Das erste Prinzip ist, der Datenverursacher muss bestimmen können, wo seine Daten gespeichert werden. Wenn ich Google Maps benutze, muss ich sagen, können alle Bewegungen, die Google speichert, werden bitte hier auf meinem Handy gespeichert. Oder bei 1&1 oder bei der Deutschen Telekom oder bei der Swisscom, wo ich möchte. Und dann kann ich bestimmen, wann, unter welchen Bedingungen ich darauf Zugriff gebe. Zweitens, Open Source und Open Standards. Wenn das Ganze nicht nachprüfbar ist, dann hat es alles keinen Sinn. Drittens, föderierte Multi-Cloud-Architekturen ohne Gatekeeper. Ich muss in der Lage sein, einzelne Teile von Infrastrukturen selber betreiben zu können, ohne den Nutzen der ganzen Plattform nicht mehr haben zu können. Und das ist möglich. E-Mail, das Internet, www sind die besten Beispiele dafür. Riesenplattformen, auf denen irrsinnig viel entstanden ist, die von jedem betrieben werden können, verteilt. Also man muss nicht diese zentralen Plattformen haben. Und viertens, das ist mir auch sehr wichtig, Bildung und Kompetenz. Wenn wir nicht in der Lage sind, das zu verstehen und das zu bauen, dann haben wir verloren. Und deswegen ist es auch wichtig, deswegen engagieren wir uns da auch sehr, dass da wirklich was passiert. So, das kann man auch in diesem Papier nachlesen, was da im Digitalgipfel erschienen ist. Das wird jetzt im November nochmal aktualisiert. Digitale Identitäten stehen im Mittelpunkt. Jede Organisation sollte wirklich darauf achten, dass sie die selber verwalten kann, weil darüber wird alles zusammengeführt. Es gibt gute Ansätze. Open Cloud Mesh von Fraunhofer, Industrial Data Space geht genau in die Richtung. In der Schweiz gibt es ein Projekt, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, Mi Data. Da geht es darum, sowas für Medizin zu bauen. Kennt das jemand hier im Raum? Ah ja, super. Ja, genau. Also das geht genau auch in diese Richtung. Wir haben sowas für den Schulbereich. Nach Vorbild und auch in Synchronisation mit etwas, was hier in der Schweiz unter dem Namen WIDIS entsteht, in Deutschland propagiert. Und es ist auch gelungen, dass das jetzt auch umgesetzt wird. Wir bauen solche Stacks in Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen in der Open Source Business Alliance und auch der Politik. Wir arbeiten da mit allen möglichen Partnern zusammen. Das Ganze ist auch schon im Einsatz bei vielen, vielen Unternehmen und auch im Bildungsbereich. Und wer mehr darüber wissen will und den Norden Deutschlands einmal kennenlernen möchte, der ist herzlich eingeladen, im Januar auf unseren Summit nach Bremen zu kommen. Da geht es auch im Kern um digitale Souveränität. Damit bin ich am Ende und hoffentlich noch einigermaßen in der Zeit. Vielen Dank. Wow, super. Um nicht allzu sehr in die Kaffeezeit reinzuschneiden, bevor es weitergeht, würde ich sagen, wir beschränken uns auf zwei Fragen aus dem Publikum. Ich hätte zwar noch ganz viele mehr, aber die frage ich dann beim Kaffee. Haben wir gerade schon zwei Fragen aus dem Publikum? Wollen alle Kaffee. Ja, wollen alle Kaffee. Also ich kann sonst eine meiner Fragen stellen. Und zwar war das ja so, nach dem Mittelalter mit den ganzen selbstherrlichen Monarchen und Herrschern brauchte es dann zwar auch die philosophische Arbeit der Aufklärung, aber es brauchte auch politische Revolution, um dann ein Bürgertum mit kleinen Firmen und selbstdenkenden mündigen Bürgern zu kreieren. Braucht es das dann auf der digitalen Ebene auch? Brauchen wir eine digitale Souveränitätsrevolution? Naja, die Hoffnung... Also Revolutionen, muss man ja sagen, die gehen auch immer mit ganz schön viel Leid einher. Da werden Guillotine aufgestellt und da werden Köpfe abgehauen. Und ich will uns das nicht wünschen. Also wirklich nicht. Und die positive Hoffnung, die wir ja haben können, ist, dass wir doch demokratische Basisstrukturen noch haben, die auch funktionieren und die das jetzt erkennen. Und die jetzt auch handeln und die jetzt auch in der Lage sind, umzusteuern. Und dann kann ich bin da... Ich bin also irgendwie auch eher Berufsoptimist als Pessimist. Gleichwohl ich auf die Gefahren gerne hinweise. Wir haben eine gute Chance, das auch hinzukriegen. Da müssen wir aber auch selbstbewusst für auftreten. Da müssen wir auch mal in der Lage sein, nur weil irgendwas vielleicht technisch mal 2% besser ist, was von so einer Riesenplattform kommt, darf das vielleicht dann trotzdem nicht verwendet werden, weil es eben unseren Vorstellungen nicht entspricht. Sowas müssen wir uns trauen zu sagen. Und dann müssen wir selber innovativ sein. Und das finde ich auch, so ich diesen Prototype fand, finde ich super. Und würde ich auch gerne noch mehr darüber wissen. Also ich glaube, das ist der richtige Weg. Und es ist nicht der richtige Weg, jetzt irgendwie Dinge zu zerstören und Leute mit Gewalt zu entfernen. Also sollen wir unsere Guillotine zu Hause lassen? Ja, ich glaube, wir sollten unsere Energie wirklich da reinsetzen, zu überzeugen, es wird gehört und innovativ zu sein. Okay. Wir sind zwar wirklich schon überzogen, aber eine Frage lasse ich noch zu, solange sie eine kurze ist, wenn du mir das garantieren kannst. Oh, das wird schwierig. Ich kann aber nicht garantieren, dass die Antwort kurz ist. Okay. Aber ganz flapsig, ist das nicht ein deutsches Problem? Ernsthaft? Weil aus meiner Erfahrung ist das Bewusstsein für diese ganze Problematik in Deutschland, deutschsprachigem Raum, sagen wir mal, in Europa am stärksten. Und es fährt extrem stark ab, außerhalb von Deutschland, gar nicht zu reden von Amerika. Und die Frage ist, wenn man das jetzt wirklich ernsthaft denkt, das sei gut, wie bringt man andere Kulturkreise dazu, das auch zu sehen? Das ist eine einfache Frage. Also wir, ich sage jetzt auch mal, als deutschsprachiger Kulturkreis, neigen immer dazu, zu glauben, das ist immer nur unser eigenes Problem. Und alle anderen sind da, stehen da. Ich weiß, dass die Franzosen das ganz genauso sehen. Und es gibt da auch viel Zusammenarbeit und auch auf der Politikebene. In den skandinavischen Ländern gibt es viele Initiativen, die in die gleiche Richtung gehen. In Italien ist es jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen, aber auch da wird über diese Dinge nachgedacht. Es ist, glaube ich, schon etwas Europäisches. Es ist natürlich auch so, dass wenn ich in Amerika lebe und Google oder Microsoft benutze, dann sind das erst mal keine Unternehmen, die von einem fremden Staat kontrolliert werden. Also da habe ich erst mal, ist die Hürde da ein bisschen geringer. Gleichwohl, ich weiß es aus unserem Unternehmen, wir haben viele Kunden in den USA, denen das auch wichtig ist. Und das sind auch Industriebetriebe, das sind Medizinforschende Organisationen, die sagen, uns ist die Kontrolle über unsere Daten entscheidend wichtig und wir wollen es nicht mit Amazon teilen. Weil wir ja auch wissen, dass es Teil des Geschäftsmodells ist, von Amazon festzustellen, wie wir Geld verdienen auf Basis unserer Daten und dann das Geschäftsmodell zu kopieren und uns selber Konkurrenz zu machen. Und genau das wollen wir ja nicht. Also ich glaube, wir sind da vielleicht sensibler, weil ja auch der, also Kant ist ja auch aus dem deutschsprachigen Raum, das kommt ja auch hierher. Wir haben ja auch viel Wissenschaft exportiert, auch in die Welt und haben dann leider durch die Nazizeit und den Zweiten Weltkrieg viel davon verloren auch, muss man sagen, in Deutschland selber schuld. Und deswegen sind wir besonders sensibel. Aber das ist ja die Chance, dass wir eher in die richtige Richtung vielleicht denken. Also ich glaube, es ist die richtige Richtung und da auch jetzt was Neues machen können. Okay, super. Vielen Dank für die Ausführungen. Ich möchte auch meinen beiden Nachmittags-Speaker noch unser DINACON-Badge of Honor und den Berner Mandelbär überreichen. Vielen herzlichen Dank für die spannenden Referate. Ja, geht an. Nein, danke.